Ihr seid ja richtig am schwitzen, ihr gebt ja alles hin. Ja, es geht schon mal alles. Ich warte jetzt hier ab einfach. Ey, oh Jungs, kämpft mal, der macht hecklich. Jungs, ey, wir kommen nicht über den ersten Checkpoint weg, ne? Ey, kommt doch auf den ersten Block. Das war's, das war's. Willkommen zu Minecraft. Zusammen mit Paluten, Luca Aka, Kong Crafter und iCryMix. Und das ganze Video ist heute gesponsert von... Ingen Impact. Ja, Leute. Es gibt dazu eine ganz geile Welt, die ihr heute auf jeden Fall sehen werdet. Es wird viele Challenges geben, die wir zusammen spielen werden. Mal gucken, wer am Ende davon der beste ist. Und es wird ein super krasses Gewinnspiel geben. Aber bevor wir das alles machen, ganz kurz ein bisschen Info zu Genshin Impact, damit ihr wisst, was für ein Game das wirklich ist. Genshin Impact ist ein mehrfach ausgezeichnetes Open-World-RPG-Game. Und es ist komplett kostenlos, also free to play. Im Spiel reist ihr durch die magische Welt von Talbot, in der ihr mithilfe eures selbst zusammengestellten Teams aus vielen Leuten viele Abenteuer bestreitet. Wobei jeder Charakter Kontrolle über eines der sieben natürlichen Elemente hat. Genshin Impact hat seit kurzem das 2.6 Update Release, in welchem ihr den neuen Charakter Kamisato Ayato spielen könnt. Den wir heute auch im Minecraft ein Skin haben. Für ihn und die anderen Hauptcharaktere gibt es dazu noch neue Story-Quests und Herausforderungen. Dazu kommt auch eine neue Region mit Chasm, die wir auch heute im Minecraft spielen werden. Die wurde nämlich seit kurzem nachgebaut und ist auch extrem geil und sehr ähnlich zu der normalen Genshin Impact Map. Und jetzt fangen wir an mit den 4 Minigames. Das erste Minigame ist Jumping Run in the Serpent's Cave. Das Jumping Run ist angelehnt an das Klettersystem von Genshin Impact und Jumping Run ganz einfach erklärt, wer zuerst ein Ziel ist, hat gewonnen. Let's go! Ich bin plötzlich schlagbar. Okay, wir können uns hauen, wir können uns hauen. Ja, okay, okay, okay. Ey! Oh mein Gott, ey! Oh, Palledo ist direkt da. Palledo ist direkt da, der ist wach, der ist nicht. Ey, ich komme, Palledo, ich komme, ich hau dich. Oh, Leute, ich bin so schlecht im Hight-Ein-Zoo. Ey, ich bin gestorben. Warte, 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 warte. Ey, bleib nicht schlau, ich bin wieder in der Lobby. Oh, jetzt, ganz schön, ganz schön. Ey, Gloves, da bin ich ja direkt runter. Oh nein, nein, ich bin auch runtergefallen. Ey, 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 Jungs. Ich bin bis jetzt noch nicht weiter als erste Block gekommen, wenn ich jetzt mal runtergeschlagen werde. Oh, Maxi-Five. Nein, der ist verdruckt. Nein, die weg, Palledo. Nein. Ich warte jetzt hier ab, einfach. Ey, ey, Jungs. Kemp, hopp mal, der macht hack. Jungs, ey, wir kommen nicht über den ersten Checkpoint weg, ne? Ey, ich komme noch auf den ersten Block. Das war's, das war's, komm, bitte. Komm. Ist so geil, wie wir am Anfang gesagt haben, Jo, aber nicht auf Ehren los. Nein, nicht dieser Schwung. So, ich mach den. Ey, Pannuten, komm weiter. Ja, ey, Pannuten, ich mach den. Nein. Maxi-Five. Was sei denn das? Ja, ey, Mann, ich fang jetzt weiter. Okay, okay, warte. Geh weiter. Ja, ja, okay, warte, 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 warte. Ganz kurz, wir machen ab, schon mit einem Block. Was sei denn das? Okay, okay, ey, Pannuten, okay, okay, ganz ruhig, Leute. Warte, nicht hauen, nicht hauen, warte, nicht hauen. Wir sind ineinander. Komm, jetzt, jetzt, wirklich, dass wir nicht korrekt werden. Ey, ich vertraue euch drei dann nicht, ne? Wir sind auf der Leiterstich. Ich mach hier nichts, ich mach hier nichts. Ich mach nichts, falle, ich mach nichts. Oh, nein, ich war das nicht, Pannuten, ich war es nicht. Nein. Was war das? Ja, Checkpoint. Ihr könnt nichts, ich gewinne. Ich hab das gesehen. Ja. Ach, ey, ich bin so schlecht im Jump'n'Runner, ich kann das überhaupt nicht. Mann, lass uns wegkommen. Wie soll ich noch auf den Block drauf? Checkpoint. Oh, nein, Pannuten. Ich hab's geschafft, ich bin draufgeblieben. Ich hab nur ein Punkt gesammelt bis jetzt. Ich hab null. Nullpunkte. Ja. Du bist, du, guck mal, komm schon, auf dem ersten Block haust du mich schon runter, ey. In diesen scheiß Sprung. War das voll schwer. Okay. Ja, 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 es ist, es ist. Ey, Pannu, mach jetzt nicht diesen, bitte. Ich bin gerade so weit. Okay, wir machen Frieden, Maxifal. Ja, okay, mach jetzt Frieden. Du kleiner, süßer Goblin. Ich bin kein Goblin. Ich werde jetzt hier mit niemandem spielen. Nein, ach, komm. Ach, komm. Wieso ist das so schwer? Es gibt halt einmal hart links und easy rechts. Ey, dieser scheiß Leiter, ich kack ab. Wir machen den leichten Run, by the way, ne? Ich hab nix gemacht. Okay, warte. Dieser Sprung geht nicht. Und die scheiß Leiter, es geht nicht, es geht nicht. Ja, okay, guck dir jetzt zu. Palle, ich seh dich. Okay, nevermind. Ich. Komm, alle hintereinander jetzt. Wir schaffen das. Teamarbeit. Ja. Ey, kack ab. Ich schaff das ohne mich. Ja, ich bin auf dem... Aber jetzt die Leiter, Palle. Wie macht man das Paraleiter? Oh, ja. Ach, ey, komm. Wer haut mich denn die ganze Zeit hier? Hallo, was ist das? Einfach Spawn-Trap. Einfach Spawn-Trap. Nein, ich bin gespawn-Trap. Okay, Palle, du jetzt. Zack. Zack. Hallo, wie macht man diesen Leitersprung, Mensch? Das geht gar nicht. Sorry, die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Ach, ich schaff's nicht auf mich. Checkpoint. Schön, dass wir uns endlich mal widersprechen. Schön, schön. Ja, okay. Drei Sekunden noch. Oh, wunderbar. Oh, wunderbar. Ach, Mann. Das war aber auch direkt ehrenlos. Egal, ich bin immer noch erster Platz. Das ist für mich okay. Warum ist Edith gerade auf dem ersten Platz? Ich finde das okay. Ich finde das nicht gerecht. Ich bin dritter, damit kann ich leben. Wieso das denn? Ja, Luca, also... Statenant? Luca? Ja, alle haben so einen Platz und ich stehe auf dem Boden. Das ist so nice. Die Teile, die sind der Hübsche. Jetzt kommt der Angel-Wettbewerb in den Glowing Narrows. Das Angel ist genau wie ein Genshin Impact, also ein Quick-Time-Event, in dem man ganz schnell das Zeitfenster treffen muss, um den Fisch zu fangen. Warum fahrt... Ey, fahrt ihr schon mit dem Boot? Ja, ja, wir fahren zum Pilz. Ach. Oh, das ist schön. Ich überhole. Ey, Jungs, Jungs, wir sind hier einfach in dem neuen Chessum-Update. Boah, der Pilz. Es geht gleich los. Oh, es geht los. Es geht gleich los. Kann mal was zu mir kommen? Da kommt ja gar nichts. Nein, schade. Okay, okay, jetzt, 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 komm. Ich rede einfach nicht mehr mit euch da, nehmen wir mich da drauf. Warum denn ich habe hier auch... Schade! Warum schade? Oh, die ordentlichen 50 Punkte. Das war gut, ein Sterben. Ich habe einen Brown-Chiraco-Deal. Ich habe einen Golden-Deal. Oh, das wird... Was? Das war so schnell. Wie läuft es bei euch zu uns bis jetzt? Sehr gut, sehr gut. Die Punkte, Punkte mäßig. Oberpfiff. Ja, sehr gut. Sweet, blau. Beiß, beiß, beiß da ran. Ja, komm, komm, runter. Ich habe einen Brown-Chiraco-Deal. Boah. Ich habe da nicht, ich habe verkackt. Paluten und Maxiple sind hier die Chef-Angler aktuell. Verworbene Schicksal. Komm, komm, komm. Eine Minute schon weg, eine Minute schon weg. Nein, ich kann nicht mehr angehen. Zwei. Oh, jetzt nochmal einen. Schlitzefisch. Ja. Rei, Mai, eine Fisch. Ei, kein Mau. Meiner. Weiß an, Junge. Ne, du musst auch... Wieso? Dieser Parmaifisch ist so schnell. Ja, ja, der... Meine Reaktionszeit, ich fühle mich alt. Oh, Gott. Ich kriege nur Schade. Komm, komm. Ich kriege nur Schade. Aber Schade ist kein Fisch, oder? Schade ist kein Fisch, oder? Okay, ich habe mal wieder einen. Nochmal sechs Stück gerade. Alter, was? Paluten, du hast 750? Ja, ich bin super, Angler. Oh, ich habe nicht hinguckt. Okay, komm. Der ist gut langsam. Der ist jetzt sehr wunderbar. Es war drauf. Es war drauf. Es hat... Ach, das sagst du doch immer. Nein. Der war... Lüge. Das war so schnell. Das war der... Okay. Brown Chiracodai. Ich habe auch nicht nur diese... Das System, was ihr übrigens sieht, ist direkt aus Genshin. So läuft das da übrigens auch. Ja. Falls du da mal eine Runde angeln wolltest. Link ist in der Videobeschreibung. Ja. Ich dachte, ich kann mich die beruhigen beim Angenauersatz. War viel schlimmer für mich mental. Guck mal, Luca. Wie so hat Luca plötzlich 900 Punkte. Er ist auf einmal richtiger Chefangler geworden. Ja. Da sind wir ruhig. 200 noch mal. Oh nein. Was ist los? Ich kann nicht angeln. Ich sagst du, wie es ist. Ja. Ja. Und da ist es einfach so gut am Anfang dabei. Damit kann ich leben. Ach, Mann. Nee. Das sieht Paleto vorbei. Da ist er. Ach, guck mal. Was ist denn das jetzt? Oh, Maxify von ganz oben nach ganz unten. Was ist da passiert? Was haben die denn getan? Ich finde generell Max Skin ist eigentlich so sehr kreativ. Ach ja, Leute. Die Map hier, die wir gerade spielen und die ganzen Challenges, die wir machen. Beziehungsweise zwei Challenges. Ich glaube, Jump'n'Run müsste es sein. Und Hydra das Rennen. Könnt ihr auch selber spielen. Der Link zu der Map ist in der Videobeschreibung verlinkt. Also da werden die Koordinaten sein. Falls ihr die auch mal selber spielen wollt. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Und es wird logischerweise auch ein Gewinnspiel geben, was ich ja auch erwähnt hatte vorhin. Beziehungsweise am Anfang des Videos. Da könnt ihr auch einfach teilnehmen. Da gibt es viele krasse Sachen zu gewinnen. Also klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach mitmachen. Oder geht, wie gesagt, auf die Map drauf. Klickt auf die Kiste. Und dann könnt ihr auch da links unten im Chat einfach mitmachen. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, falls ihr da euch reinklickt. Und ja. Drittes Minigame ist ein Hide and Seek in der neuen Bekassem-Mine. Naja, Hide and Seek bräuchte ich wirklich erklären, oder? Ist selbst erklären. Let's go. Okay, mein Versteck ist genau am Anfang. Ich glaube, das ist super dumm. Ich glaube, das ist super dumm. Okay, mit Ansage als erstes. Maxify. Hä? Warum? Warte, warum ich? Wer ist denn das hier? Oh, oh, Ritt. Oh, oh, Ritt. Wer war denn das jetzt hier? Oh, hier ist gut. Ich seh dich. Der ist voll bei mir in der Nähe. Du siehst mich? Ja. Ähm, siehst du das? Oh! Hi, na? Sex, ein Halbstunden später. Ist denn da der Cobblestone? Wer ist denn da der Cobblestone? Lass mich, Luca. Hallo. Lass kurz Klippo. Du springst einfach in deinen Tod hier. Nein. Okay, der, den ich gesagt habe, den ich als erstes finde, habe ich noch gar nicht gefunden. Ja, siehst du? Mein Versteck ist viel zu gut. Warte, gib mir eine Minute. Ich habe auch nur noch eine Minute. Ja, du hast eine Minute. Ja, mach mal das Wärmer- und Kälter-Spiel. Okay. Kälter. Immer noch kalt. Kalt wie ein Kühlschrank. Es wird arschkalt. Es wird super kalt. Es wird wärmer. Oh, oh. Jetzt geht ein Horden hier. Oh, oh. Bin ich dumm? Nein. Oh. Warte, warte, warte. Wir können das regeln. Wir können das regeln. Ich kann den Zaubertrick zeigen. Okay, zeig. Oh, warte. Ich kann mich verwandeln. Guck. Tada. Wie findest du mein Skin? Sieht doch gut aus, oder? Damit lasse ich dich gewinnen. Danke. Ehre. Hey, Mann. Das war eine Lüge. Das gefällt mir nicht. Warte, 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 warte. So, wir machen jetzt hier erstmal den Spawn-Check. Ah. Warum seid ihr so? Wer denn? Wer ist das? Aber warte, wie kommt man da hoch? Ja, lass ihn doch ein bisschen leben, der da ist. Jungs, ich sag's, so wie es ist, ne? Ich bin mal ehrlich, da oben bin ich am Spawn. Ich komme hier gar nicht hoch. Ich hole ein bisschen Zeit für euch raus, ne? Weil er hat struggled ein bisschen hiermit hochkommen. Ja, jetzt war, jetzt war ein Victor, wie bist du denn da hochgekommen, Mann? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt mal ein bisschen die anderen. Okay, okay, okay. Maxify, Maxify, Maxify. Ich laufe auch mit! Na! Ey, wo seid ihr denn jetzt? Ah, da hinten rennt, ah, da hinten rennt jemand. Oh, nein, 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 nein. Wer ist denn jetzt hier diese Werkbank, die rumrennt? Oh, du bist ja direkt hinter mir! Ja, okay. Den ersten haben wir schon mal, Leute. Luka, wo warst du? Ja, ich war auch da neben dir. Ach so. Das wusste ich gar nicht. So, jetzt fehlt nur noch Maxify. Ey, war echt? Ja, aber mich findet ihr nie. Ich bin Heidenstieg-Profi. Ja, ja, ich hab den Rennen gesehen. Lauf nach links. Ne, 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 das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Der ist da nicht. Lauf die Treppe runter. Nein, ich kann mich nicht unsichtbar machen. Oh, Mann. So. Schade. Ich sag dazu nichts. Ich sag nichts. Letztes Game ist das Gleiterrennen in Webfragments auf Celestia, wo wir wie in Genschen Impact durch die Welt fliegen können. Wer hat durch die meisten Ringe fliegt, hat gewonnen. Möge der Beste gewinnen. Letzt. Oh, oh, da geht schon. Oh, da ist es gut. Ja, let's go. Okay, ja, wer jetzt hier die meisten Punkte durch die Ringe sammelt, ne? Ich schwitze jetzt in mein Leben hier rein. Ja, ich werde jetzt hier auch alles geben. Aber durch die roten geben nochmal extra Boost oder extra Punkte? Nee, ich glaub, die wurden benutzt. Die durch die geht nicht mehr, oder? Ach so. Ah, jetzt verstehe ich das. Oh, ich weiß nicht. Aber wenn jemand durch eins fliegt, dann ist ja rot. Also ich glaub, dann soll man nicht mehr durchfliegen. Weiß nicht. Weil die fliegen ja auch wieder ab. Nein, das macht Sinn. Dann sind die so cooldown-mäßig. Oh, 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 fliegt sie durch. Ja, sehr gut. Ja. Ah, ja, ja, der hat sich hier gerade rot verwandelt. Wahrscheinlich, damit man nicht die ganze Zeit in den gleichen reinfliegt. Ja, ja. Meinst du, man kann die ganze Zeit in den selben reinfliegen? Geht doch gar nicht. Ihr seid hier richtig am schwitzen. Ihr gebt ja alles. Ja, es geht um alles. Oh, Maxi, Maxi, auch wild am Auf... Ja, das ist einfach euer Aim. Ja, das ist klar. Dann haben wir hier aber auch viele Punkte. Sag mal, Palenno, jetzt hör doch auf jetzt hier so... Das ist ein ganz knappes Ding. Du versagst, nein. Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Ich hab's nicht gesehen. Ach, Crimex. Ah. Ja. Und weiter. Es ändert einfach nichts an meiner Position. Wieso bin ich... Oh, Mann, ey. Mann, das ist doch einfach. Das grüft ihn. Ich habe beim ganzen Fliegen kein einziges Wort gesagt, weil ich dachte, ich wäre gut, wenn ich mich konzentriere, aber jetzt bin ich nur ganz knapp vor dem Letzten. So, okay, Leute, das war's. Leider bin ich nicht erster Platz geworden, so wie ich es gedacht habe. Ich dachte, ich bin Pro, aber hat nicht ganz funktioniert. Bin auf dem Letzten gelandet. Scheiße. Der erste Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr, wie gesagt, zu Genshin Impact hin. Nochmal viel, viel Dank fürs Sponsoren des Videos. Wirklich vielen Dank. Da kommt ihr auch zum Giveaway hin. Ist auch unten nochmal verlinkt. Und die Map-ID ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr die Map selber mal spielen wollt. Kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Sieht wunderschön aus und ist auch wirklich sehr krass. Und checkt auch die anderen Leute ab. Sie sind auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das sind die ganzen Videos zu den anderen Creators. Die haben dazu auch was hochgeladen. Und ja, das war's von meiner Seite. Hab euch ganz sehr lieb und bis zum nächsten Mal. Ciao!